Es ist ein bekannter Streit in der Literaturszene, meine Damen und Herren, ob Autoren wirklich gut beraten sind, ihre Texte selber vorzutragen. In der Tat, Schreiben und öffentliches Vortragen, das sind ja zwei Grundverschiedene Veranstaltungen. Der eine Autor schreibt zwar brillant, lispelt aber, nuschelt, muss ständig aufgefordert werden, lauter zu sprechen. Sie kennen die peinlichen Auftritte. Dann gibt es andere Autoren, die blühen auf, wenn sie den Schreibtisch mit einem Podium vertauschen können, sind aber beim falschen Schauspieler in die Schule gegangen. Und dann gibt es die Ausnahmen. Kaum einer dieser Kollegen hat sowohl das lesende wie das zuhörende Publikum hier so mitgerissen wie der Engländer Charles Dickens. 1812 geboren und 1870 nach einem schier unglaublichen literarischen Werk und vielen, vielen Tourneen einem Schlaganfall erlegen. Dickens war ein Performer, ein Besessener, ein Zauberkünstler. Seine Zuhörer schubsten und kämpften mit den Ellenbogen, um ihnen in stets überfüllten Theatern zuhören zu können. Forderten Zugaben hing, um einmal ein seltenes Bild zu gebrauchen, hingen wie Trauben an des Schriftstellers Lippen. Dieser hatte zu einem frühen Zeitpunkt seiner Laufbahn einmal mit dem Gedanken gespielt, den Beruf des Schauspielers zu ergreifen. Doch irgendetwas ging beim Vorstellungsgespräch schief. Die Stimme von Dickens blieb weg. Und nie hat eine kurzfristig versagende Stimme, meine Damen und Herren, der Weltliteratur einen größeren Dienst erwiesen. Natürlich machte der Vortrag nur einen Teil des Erfolgs von Charles Dickens aus. Entscheidend war genauso, dass er Themen und eine Sprache fand, die Träume, Ängste, Hoffnungen und Verzweiflungen heraufbeschwur und das quer durch die meisten Klassen der britischen Gesellschaft. Und entscheidend war auch, dass er sein Medium, das war der Fortsetzungsroman, dass er dieses Medium so perfekt beherrschte, die Kunst verschiedenste Handlungsstränge ineinander zu verwirren, wie es erst anderthalb Jahrhunderte später in berühmten und in den besseren Fernsehserien gelang. Nur musste Dickens nicht Quoten erheben, er fragte einfach sein Publikum und baute dann jene Erzählfallen ein, die man heute Cliffhanger nennt. Wenn die Spannung ganz unerträglich geworden ist, bricht die Erzählung ab. Fortsetzung folgt. Die Zeit, in der Dickens lebte und über die Erschrieb stand, im Zeichen der industriellen Revolution. Es war wohl die gigantischste gesellschaftliche Umwälzung, die Europa bis dahin erlebt hatte. Eine Kette von Erfindungen entzogen den traditionellen Manufakturen ihre Existenzgrundlage. In den neuen Fabriken konnte kostengünstiger produziert werden, so verließen die Arbeiter mit ihren Familien das Land gewaltige Großstädte entstanden wie Manchester und London und Liverpool. Die britische Hauptstadt explodierte nahezu unter dem Bevölkerungszuwachs mit allen sozialen Verwerfungen, die diesen Prozess begleiteten und förderten. Naturgemäß war Kinderarbeit, die Ausbeutung schon der kleinsten, eine Selbstverständlichkeit. Bevor wir uns aber jetzt dem vielleicht bekanntesten Werk von Dickens zuwenden, Oliver Twist, noch eine weitere ganz kleine historische Erläuterung. Diese Zeit, die später nach der herrschenden Königin die viktorianische genannt wurde, ist durch bizarre Moralvorstellungen geprägt. Es widersprach den herrschenden christlichen Prinzipien nicht, wenn, wie gerade gesagt, Kinder, aber auch Erwachsene praktisch als Arbeitssklaven gehalten wurden, wenn aus den nichtigsten Anlässen geprügelt wurde, wenn Schuldner schon bei kleinen Ausständen ins Gefängnis Diebe ohne viel Federlesen einfach gehängt wurden. Gleichzeitig achte die Gesellschaft in ihren Umgangsformen jedoch peinlich genau auf Korrektheit, auf regelmäßigen Kirchgang, auf den guten Ruf, der sehr leicht verloren gehen konnte. Sagen wir es grob, es war ein System, das Lüge und Heuchelei prächtig gedeihen ließ. In diesen Zeiten beginnt einer, beginnt Dickens in Fortsetzungsromanen für Zeitungen, Romane über die Schwächsten zu veröffentlichen, über Waisenkinder, Kinder, die unschuldig im Labyrinth der Städte in Not geraten. Kinder sind positive Identifikationsfiguren, aber Dickens begeht nicht den Fehler, sie einfach als unschuldige, gute Wesen zu porträtieren. In seinen Romanen finden sich liebenswerte, anrührende, doch auch verschlagene, heimtückische Kinder. Aber ihr Schicksal bewegt uns, altmodisch gesagt, weil wir deutlich sehen, was ihnen zugefügt wurde, weil wir, wie sie, trotz allem diese Seelen noch näher am Zustand der Unschuld ansiedeln. Der wohl berühmteste dieser Kinderhelden entstammt dem zweiten Roman von Charles Dickens und ist uns allen unter dem Titel Oliver Twist bekannt. Der vollständige Titel lautet übrigens Oliver Twist or The Parish Boys Progress. Das ist eine Anspielung. Auf Deutsch Oliver Twist oder der Weg des Fürsorgezöglings. Und der Roman erscheint von Februar 1837 bis April 1839 in Fortsetzung. Bei der Geburt des kleinen Oliver Twist stirbt seine Mutter. Niemand weiß, wer sie war. Doch sie scheint weit gelaufen zu sein, um in einer namenlosen Stadt anzukommen. Der Säugling, der kleine Oliver, wird von der Fürsorge zu einer Frau gegeben, die dafür bezahlt wird, Waisenkinder zu versorgen. Freilich verwendet sie das meiste Geld für sich selbst, um es zu versaufen. Ihr Haus ist ein schrecklicher Ort. Lieblosigkeit, Schläge, dünne Hafer-Schleimsuppen stehen auf der Tagesordnung. An Olivers achten Geburtstag wird er von der Gemeinde abgeholt und dann ins Armenhaus gesteckt. Dort ist das Leben natürlich um keinen Deut besser und die Suppe keinesfalls dicker. Als eines Tages einen der Jungen angedroht wird, nein, als einer der Jungen androht, er werde vor Hunger zum Kannibalen, beschließen die Kinder, einer von ihnen müsse am nächsten Tag um einen Suppennachschlag beim Koch bitten. Und dieses Los fällt auf den kleinen Oliver. Zitternd tut der, wie ihm geheißen, und die Folgen sind fürchterlich. Die Entrüstung reicht so weit, dass man ihm ein Ende am Galgen vorhersagt. Der Galgen, wir haben es gerade gehört, wirft ja beständig seinen Schatten auf die traurigen Existenzen der Mittellosen. Oliver wird tagelang geschlagen und im Keller eingesperrt. Schließlich will man den Jungen loswerden. Und so kann der Leichenbestatter Sowerberry das Kind für fünf Pfund erwerben, um es in die Lehre zu nehmen. Sowerberry, Saubeere, Dickens spielt gern mit deftigen Namen. Dieser Bestatter also findet Gefallen an dem Jungen und macht ihn zum Begräbnisbegleiter. Die Kost ist hier weit besser als im Armenhaus. Alles scheint sich zum Besseren zu winden. Wäre da nicht der böse Noah, ein älterer Lehrling, und die Haushälterin? Beide quälen und reizen Oliver mit Beschimpfungen auf die tote Mutter. Schließlich stürzt sich Oliver wie wild auf Noah und die Haushälterin und verprügelt sie. Ehe sich die Fürsorge nun eine neuerliche Strafe für ihn ausdenken kann, flieht Oliver und macht sich zu Fuß auf den Weg nach London. In der Hauptstadt gerät er in die Fänge des windigen Hehlers Fagin. Bild geht einer kleinen Schar von Straßenjungen, die für ihn, für Fagin, auf Diebestour gehen. Fagin will zu Olivers Lehrmeister in der Unterwelt werden. Kopf der Bande ist der äußerst brutale Bill Sykes. An seiner Seite die ruchlose Diebin Nancy. Dies ist nun Olivers neue Familie. Und als der Junge einige Taschendiebtricks erlernt hat, wird er zunächst als Zuschauer auf eine Diebestour mitgenommen. Doch schon das erste Opfer, Mr. Brownlow, bemerkt, dass er bestohlen wurde. Oliver wird fälschlicherweise für den Dieb gehalten. Die anderen sind längst auf und davon. Aber unser Held hat Glück. Vor der Polizei ergreift der wohlhabende und freundliche Mr. Brownlow Partei für den Jungen und nimmt den fiebernden, entkräfteten Oliver mit nach Hause. Hier verlebt der Junge die ersten schönen Tage seines ganzen Lebens. Doch bei einem Buttengang für Brownlow wird er von der bösen Nancy und Sykes entführt und gezwungen zu Fagin und dessen Diebesbande zurückzukehren. Mr. Brownlow bleibt gekränkt in dem Glauben zurück, Oliver habe sich mit dem ihm anvertrauten Geld für die Besorgung aus dem Staub gemacht. Oliver kann aus der Diebeshütte, in die er eingesperrt wurde, nicht fliehen. Schließlich wird er für einen Einbruch im Haus der Maleys eingeplant. Aber der Coup misslingt schon beim Versuch, ins Haus einzudringen. Oliver wird angeschossen und entdeckt. Doch, hier winkt das Glück wieder, die Hausbesitzerin Mrs. Maley erkennt seine, wie sie sagt, innere Unschuld und schützt ihn vor der Polizei. Sie und ihre Pflegetochter Rose geben ihm Unterschlupf. Wieder deutet sich ein gutes Ende an. Doch Dickens hat noch nicht mit allen Figuren aufgeräumt, die er ins Spiel gebracht hat. Da ist ja noch die Gangsterbraut Nancy, die ihre Taten bereut und gesteht, dass Oliver das Opfer eines anderen Mitglieds ihrer Bande wurde, eines finsteren Kerls, der in Wirklichkeit Olivers Halbbruder ist und ihm den väterlichen Erbteil vorenthalten will. Dieses Geständnis bekommt Nancy nicht gut, ihr Freund Sykes bringt sie um. Doch dann finden auch er und all die anderen Sträuche ein bitterböses Ende. Der schlimme Halbbruder eingeschlossen. Und der Kinderheld Oliver, der allen widrigen Umständen zum Trotz immer auf der Seite des Guten geblieben ist, der wird von Mr. Brownlow adoptiert. Der, und jetzt kennt das Happy End keine Beschränkungen mehr, der also erkannt hat, dass Oliver der verschollene Sohn seines verstorbenen Freundes ist. Wir dürfen aufatmen. Mit dieser Geschichte rührte Charles Dickens sein Publikum zutiefst, stellte er sich doch auf die Seite der Armen, zu einer Zeit, als Armut fast selbstverständlich mit Untugend gleichgesetzt wurde. Dagegen zog Dickens zu Felder, als Schriftsteller und auch in der Politik und als engagierter Kämpfer für soziale Reformen. Er wusste, wovon er schrieb, denn er kannte den Schmerz, er kannte den Schmerz von Erinnerungen aus seiner eigenen Kindheit. Denn auch seine Jugend war, weiß Gott, nicht mit Silbermünzen gepflastert. Der Vater kam ins Schuldgefängnis, weil er seine Kinder nicht mehr ernähren konnte. Und die Mutter zog mit sieben Kindern mit in die Haftanstalt. Nur der elfjährige Charles musste außerhalb versuchen, den Unterhalt für die Familie zu erkämpfen. Eine Erfahrung, die der Leser im teilweise autobiografischen Roman David Copperfield wiederfindet. Dickens arbeitete sich über einige Umwege hoch zum Journalisten. Mit 24 erscheint in Fortsetzungen 1836 bis 1937 seine erste literarische Veröffentlichung, die Pickwick, ja, The Pickwick Papers. Mit einem Schlag wird Dickens zur Berühmtheit. Hauptfigur dieses Romans ist der gelehrte Samuel Pickwick, Gründer und Präsident des Pickwick-Clubs, der auf der Suche nach neuen Erkenntnissen zusammen mit seinen Clubmitgliedern zahlreiche Reisen innerhalb Englands unternimmt. Und das ist eine frühe Form der literarischen Sozialreportage oder, wenn Sie verehrte Zuhörer es akademisch bevorzugen, des literarischen Realismus. Man hat Dickens daher oft mit den großen französischen Erzähler Balzac verglichen. Auch ein Chronist seiner Zeit und nicht weniger produktiv und erfolgreich. Wir wollen auf diese Gegenüberstellung hier nicht eingehen, nur festhalten, dass ein ganz auffälliges Merkmal der Dickenschen Werke, jedenfalls bis zu den sehr spät geschriebenen Roman, sein Humor und seine fast Verliebtheit in Situationskomik sind. Populär sind fast alle diese Werke bis auf den heutigen Tag. Dafür sorgten auch Film, Fernsehen und das Musical. Und sie sind auch eine beständige Warnung an die Erwachsenen, Kinder aufmerksam und freundlich zu behandeln. Sonst geht es ihnen wie dem Geizkragen Scrooge in der Weihnachtsgeschichte. Sie werden von bösen Erscheinungen heimgesucht, bis sie begreifen, was das Fest der Liebe bedeutet. So einer wie Scrooge hat bei Dickens ganz, ganz schlechte Karten, wenn er sich nicht bessert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017